Hallo meine Lieben, heute haben wir Freitag und es ist Zeit für einen neuen Beauty-Talk. Es geht um das Thema Foundation und wie trage ich am besten die Foundation auf. Da streiten sich halt die Geister. Am liebsten verwenden wir wohl die Finger, wenn wir eine Foundation auftragen, aber das ist nur bedingt günstig. Erstmal ist es unfassbar wichtig, dass wenn ihr Foundation mit den Fingern auftragen wollt, ihr auf jeden Fall eure Hände vorher wascht und zwar gründlich wascht. Weil wenn ihr Bakterien an den Händen habt und tragt eure Foundation auf, können sich Pickelchen bilden, können sich Entzündungen bilden, wenn ihr Keime auf den Händen habt und dann sagt man nachher, ah irgendwie die Foundation ist nicht gut und deswegen bekomme ich Pickelchen, aber oft sind es dann halt die Finger, die nicht ganz sauber waren. Und zudem ist es nur sinnvoll, wenn ihr eine Foundation habt, die tendenziell eher dünnflüssig ist, die sich gut verteilen lässt und ja, die fast schon transparent ist. Also je dünnflüssiger, je transparenter, leichter deckend, zum Beispiel wie eine BB-Cream, könnt ihr die Finger verwenden, aber wirklich nur gerade frisch gewaschen. Dann ist da das allseits sehr beliebte und gehypte Schwämmchen. Wichtig ist, wenn ihr ein Schwämmchen benutzt, dass es auch hier ebenfalls sauber ist. Also nicht zu lange warten und immer wieder mit dem Schwämmchen auftragen und sich dann wundern, warum man ein Pickelchen bekommt. Und zudem halte ich das Schwämmchen für nicht sehr, nun, ökonomisch sinnvoll. Aus dem Grunde, dass sich das Schwämmchen gerne mit Produkten vollsaugt und das wenigste eigentlich auf dem Gesicht landet und das meiste im Schwämmchen hängen bleibt. Das heißt, ihr schmeißt das Geld für die Foundation zum Fenster raus. Andererseits muss man tatsächlich auch sagen, je pastöser eine Foundation ist oder wenn ihr eine feste Foundation habt, es gibt ja sogar solche Sticks als Foundation, die fast schon wachsartig sind, je mehr Druck müsst ihr natürlich ausüben, um das Ganze im Gesicht zu verteilen. Dann kann ein Schwämmchen durchaus sinnvoll sein. Also für mich ist es dann sinnvoll, wenn ich mit einem Camouflage arbeiten müsste oder aber wenn ich Theaterschminke auftrage oder ähnliches. Ansonsten bin ich dem Schwämmchen persönlich nicht so zugetan. Und last but not least, und jetzt kommt ein persönlicher Liebling, einfach aufgrund der Erfahrungen, die ich in all den Jahren gemacht habe, der Pinsel. Und zwar eine, im Englisch nennt man das Flat Brush, also eine ganz flache Bürste. Diese hier hat Synthetikborsten, also ist vegan. Sie ist sehr flach, sehr dicht gebunden, sehr weich. Was den Riesenvorteil hat, dass ihr nur einen Hauch Foundation drauf geben müsst und es unheimlich gut auf dem Gesicht verteilen könnt. Also direkt auf den Pinsel auftragen und dann langsam von oben nach unten und von der Mitte nach außen die Foundation auftragen. Das Gute ist auch, ihr könnt es wunderbar ausblenden. Also das Ganze macht ein sehr natürliches Finish, selbst wenn eine Foundation stark deckend ist. Mein persönlicher Favorit, der Pinsel. Aber probiert ruhig auch Hände aus, sauber. Probiert mal das Schwämmchen aus und lasst mal in den Kommentaren hören, welches Produkt ihr zum Auftrag einer Foundation verwendet und welches ihr am besten findet. Bis dahin, bleibt gesund, macht es gut. Ciao, eure Mia. Bis dahin, bleibt gesund. 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 Vielen Dank.